Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Academy. Heute geht es mal wieder nicht weiter mit Astral Sorcery, sondern wir werden heute ein bisschen Draconic Evolution machen. Wir werden zum einen den Speicher aufbauen, dessen Kiste da schon ewig steht und schon mal den Reaktor vorbereiten. Das sind ja zwei Punkte, beziehungsweise ein Punkt, der noch im Questbuch war und ansonsten ist wirklich nur eine Astral Sorcery über und halt Technology. Set up a Draconic Reaktor. So und ich würde sagen, wir legen los mit so. Das Ganze wird quasi jetzt so aussehen, dass ich jetzt erstmal den Draconic Ball baue, so als Speicher und sobald er voll ist, kann man den Reaktor nachher in Betrieb nehmen, weil man auch für den Reaktor halt ein bisschen Strom braucht. So, ich wollte aber ein bisschen dickere machen, je nachdem wie viel Draconium ich wieder habe. 1800 und beziehungsweise noch, das System ist ja aus dahin. Eigentlich müsste ich es mal wieder anmachen, damit halt neues Zeug kommt. So, das ist alles, was wir haben. Ich hoffe, das reicht. Und ja, und jetzt wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir noch einen Ballblock hätten. Na, der geht. Okay. Jetzt machen wir wie folgt. Wir gucken mal, wie viel wir damit hinbekommen. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ganz genau weiß ich nicht. Ich würde sagen, den machen wir mal hier hin. Ne, gar nicht. Warte. Da hin. So. Voll gut. Ne, doch nicht. Machen wir den hier hin. Jetzt brauchen wir den Energy Core. Sieht bestimmt mega cool aus, wenn der Ball hier leuchtet. Fragt mich, warum ich den noch nicht vorher hatte. Bei Skyworld hat man nur einen aus Style. Das ist auch so cool. Den haben wir nur gebaut, weil er halt cool aussah. So. Stabilizer Invalid. Macht Sinn. Aber jetzt machen wir mal ganz kurz den... Ah, ne, doch. Sollte gehen. Geh weiter. Alles klar. Ich glaube, da ist der falsche Block außen. Deswegen meckert der schon. So, wir gucken mal. Der würde theoretisch gehen. Ich glaube, eine Nummer größer geht, glaube ich, auch noch. Könnte sogar reichen. Dann machen wir innen jetzt die anderen Blöcke. Der meckert quasi, weil das hier kein Redstone ist. Und jetzt sollte es auf jeden Fall funktionieren. Oder weil die Stabilizer nicht da sind. Kann auch sein. Aber das passt, ne? Ja, ja, das passt. Okay, brauchen wir ein bisschen Redstone. Wer kann sich noch an Mark erinnern, wo wir den zum ersten Mal gebaut haben? Und ich glaube, damals kannte den... Ich glaube, den kannte wirklich noch nie jemand. Das war einfach so ein krasser Moment, diesen Ball damals gebaut zu haben. Weil, wie gesagt, den kannte nahezu keiner. Und der sah auch sehr, sehr krass aus in dem Haus, was ich bei Mark hatte. Wer das Projekt gar nicht kennt, guckt mal. Das war mein... Ich will mal behaupten, mein krassestes Projekt, was Zuschauerzahlen und auch Resonanz angeht. Und da hatten wir stellenweise Folgen damals, die Andi 25.000 Likes hatten. Da haben wir auch verschiedene Tests mal durchgeführt mit dem Like-Button. Hat auf jeden Fall funktioniert und war ganz cool. Und immer, wenn bei Peter was gelaufen hat, also immer, wenn es bei mir lief, habe ich dann was anderes gemacht. So einfach total gut. Wirtschaftliches Denken war damals top. Obwohl, damals habe ich auch viel einfach nur aus Spaß gemacht. Also jetzt natürlich auch noch. Aber wo ein anderer vielleicht schon, wer weiß, was gemacht hatte, habe ich einfach weitergemacht oder was komplett anderes. Aber passt schon. So, jetzt machen wir den Ball mal eben hier. Also dieses Layout sagt euch genau, wo ihr was aufbauen müsst. Und sagt euch auch, wenn ihr dann gut fertig seid. Also wenn ihr ja alles richtig gebaut habt. Und ich weiß gar nicht, welche Größe das ist. Und die krasseste Größe, die haben wir auch mal gebaut. Da braucht man halt Unmengen an Drachen für und Unmengen an Draconium. Eine Awakening so rum. Das ist dann quasi eine Awakening-Hülle drumherum. Die ist schon sehr krass. Ach, zum Glück. Ich dachte schon, ich hätte das kein Reconium mehr. Ich glaube, eine Nummer größer wäre sogar auch noch gegangen. So, jetzt kommen die Stabilizer dran. Die machen wir jetzt einfach mal hier hin. Dankeschön. Und Stabilizer müssten, glaube ich, bei der Größe die kleinen reichen, zuviel ich weiß. Und nicht die großen. Also so, dann kommen die jetzt wieder weg. Also ich hoffe, da brauchen wir immer die großen. Ich glaube nicht, ne? Er ist ab einem bestimmten Tier. Also große und kleine Stabilizer. So, jetzt gucken wir nochmal rein hier. Äh, Stabilized Invalid. Ah, Advanced Stabilizer Required. Verdammt, ich brauche die doch. Ah, ist ja gut. Dann hole ich mal ein paar Advanced Stabilizer. So, mal 37. Ich weiß nicht, ob die reichen. So, Advanced Stabilizer sind da. Und wir haben alles fertig. Wir können jetzt Activaten. Ich würde sagen, wir Activaten immer. So, da ist er. Nice. So, und jetzt müssen wir machen, dass er rein und raus pumpt. Beziehungsweise, dass es da rein und raus geht. Dafür habe ich die. Wo sind sie? Genau, hier die Teile. Und Glaspylonen. Beziehungsweise Glas. Ich glaube, da mache ich aber extra. Extra Geräte. Oder soll ich ja wieder drunter? Ich glaube, es ist ja wieder drunter, ne? Komm. Ist, glaube ich, am einfachsten jetzt. Einmal. Ich weiß gar nicht, ob das hier reicht. Wir gucken mal. Direkt hier am Kabel. Genau wie hier. Zack. Das ist allerdings jetzt nur Output, fällt mir gerade mal ein. Das wäre natürlich blöd. Ich glaube, wir müssen die doch weiter oben setzen. Sonst funktioniert es halt nicht so ganz. So, wir machen einen da hin und einen da hin. Die da drauf. Da noch einen hin. Dann laufen die schon mal. So. Dann müssen wir jetzt machen, der gibt nach vorne hin. Vorne müsste dann da sein. Energie ab. Ja, ja. Und der gibt nach vorne hin. Warte. Nach vorne hin. Genau. Der nimmt nach vorne Energie auf. Input, Output. Ja, müsste auf jeden Fall gehen. Sehr gut. Könnte jetzt ein bisschen dauern, bis der fertig ist. Aber ist okay. Ist doch, oder? Genau, der. Ah, nee, gar nicht. Warte, ich muss den mal ganz kurz ändern. Wir müssen ja noch das Gerät ändern. Wo ist meine Vrench? Geht die vielleicht? Ah, doch, geht. So, da geht's rein und da geht's wieder raus. Also so lange, bis es halt voll ist und alle Sachen voll sind. Also rausgezogen wird gerade nichts, weil wir keine Verbraucher haben. Die Teile bleiben voll. Und hier zieht es sich langsam raus, wird aber nachgeladen von dem Kabel hier. So. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis das voll ist. Und ja, dann bis gleich. Ich hab jetzt mal ein bisschen laden lassen, den Ball da hinten. Der ist also soweit, glaube ich, voll. Und jetzt muss ich noch eins machen. Das hatte ich gar nicht gezeigt. Und zwar hatte ich die Dinger hier in Draconic geupgradet. Das hat halt auch immer super lange gedauert, weil wir immer die ganze Energie gebraucht haben. Plus noch einige Chaos Shards und wir mussten quasi Stabilizer upgraden auf, ja, die Frames mussten wir zu Stabilizer machen. Und das mach ich jetzt mal ganz kurz. Ganz kurz vor allen Dingen. Während der Charged und umwandelt, können wir die anderen Draconic Sachen mal mitnehmen, weil die hatte ich ja schon mal bekommen, beziehungsweise gebaut. Und die könnten wir eventuell jetzt hier reinsetzen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Also man könnte den auch einige was in Stabil bauen. Concrete. Gibt ja auch so eine, mit dem Flugsgate, was es hier gibt. Ich überlege gerade, ob das der richtige Abstand ist. Fünfer? Doch, fünfer Abstand ist doch gut, oder? Ich glaube ja. Wir müssen nur ein bisschen höher gehen, damit der halt Platz hat, der Ball. So. Dann würde ich sagen, machen wir die. Genau, super. Das finde ich mal ein bisschen blöd bei den Dingern. Ich glaube, die kann man so nicht drehen, oder? Ah, ne, geht mit Shift geht's. Okay, gut. Hab nichts gesagt, alles okay. So, der andere wird gerade gebaut und in der Mitte kommt dann der Ball. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich glaube, da ist sogar eins zu weit weg. Aber müsste trotzdem gehen. So. Den Block da oben wegnehmen und den hier unten hinsetzen. So. Passt das? Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit auseinander. Aber ist okay, glaube ich. So, ich hole mal das andere Ding. Müsste jetzt fertig sein, hoffentlich. Ah ja, gerade am Fertigmachen. Sehr gut. Da ist er. Dankeschön. So, und jetzt müsste eigentlich die Quest erledigt sein. Achtung. Na ja, man kommt rein und normalerweise müsste jetzt eigentlich die Quest durch sein. Immer noch nicht. Muss ich den anschalten? Ach nein. Ach man, ich muss die Stabilizer abbauen, weil ich die nicht alle drei, äh, nicht alle vier gleichzeitig in der Hand hatte, sondern nur drei. Oh mein Gott. Okay. Und dann ist die Quest erledigt. Also man muss den gar nicht zum Laufen bringen. So reicht schon. Wer das übrigens mal genau erklärt haben möchte und auch einen stabilen Aufbau ohne weitere Mods haben möchte, der findet das auch in unserem Buch, das Mods Buch, in der Videobeschreibung. Kleine Werbung hier am Rande und da ist der Aufbau vom Draconic Revolution Reaktor auch nochmal ganz gut aufgebaut und erklärt. Hat Heiko gemacht by the way und jetzt ist er auch soweit fertig, also er ist da und wir könnten den jetzt starten, sofern wir noch Energie dran hätten, müssen wir auch noch machen. Ja und, äh, okay. Alles mal aufgebaut, alles geladen, die Steuerung ist jetzt natürlich nicht drin, aber wir müssen den ja nicht unbedingt anmachen, könnten wir aber theoretisch, indem wir jetzt hier ein bisschen Fuel reinstecken. Moment, so. Und dann auf Charge gehen. So sieht der dann aus und wenn wir jetzt quasi auf Activate gehen, wird der quasi ballern. So, allerdings wäre es nicht so schlau, weil der dann verbraucht und abgibt gleichzeitig, weil der verbraucht relativ viel und der gibt auch relativ viel ab. Das Ganze muss halt nur geregelt werden, sonst, äh, nimmt er sich so viel und kriegt und dann, das, das wäre halt ein bisschen doof und, äh, ja, dann knallt er halt. So, ansonsten fehlt natürlich nur hier die Ecke, bisschen Astral Sorcery und, äh, ja, der Ball halt, ne? Sieht aber ein bisschen klein aus, wenn ich ehrlich bin, oder? Der, der Draconic Evolution Ball wäre ja schon nicht schlecht. Genau, wenn man dann, hier kann man den nur einstellen mit Red Zone Mode und Failsafe, Activate, Shutdown und hier kann man, glaube ich, die Temperatur sehen. Da, wie Energie hungriger ist. Ich weiß gar nicht, wenn der Energie weggelutscht hat, was dann passiert. Obwohl, wir machen noch Plus, weil unten die Zellen gerade abgeben. Noch, noch machen wir Plus, voll gut. Ah, ja, okay, alles klar. Nicht mehr so lange, glaube ich. Aber gut, fahren wir den mal runter. Oh. Warte. Oh nein. Oh, oh. Okay, jetzt können wir den nicht mehr stoppen. Jetzt explodiert er auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich auf Shutdown klicken. Okay, passiert mal. Jetzt berechnet er gerade, wie lange er noch... Oh nein, 200 Sekunden. Komm, wir nehmen die Disketten mit. Alle Disketten mitnehmen. Unsere guten Items. So, jetzt haben wir alles aus uns gehört und jetzt raus. Also man kann jetzt auch gar nicht mehr machen. Also, selbst wenn man jetzt alles andere drumherum abbaut, kann man nichts tun. Okay, wir gehen schnell hoch. Oh, warte, ich mach nochmal schnell morgens. Und? Oh, die Sternkonstellation. Das sieht so cool aus. So, guten Morgen. So, jetzt muss man nur noch warten kurz. Ich glaube, wir überleben ja. Unsere Rüstung ist ja gut. Oh mein Gott. Das sieht einfach so krass aus, wenn er explodiert. Oh, ich leb noch. Ich bin die beste Explosion, seit es Minecraft gibt. Oh mein Gott. Alles kaputt. Überall brennt's. Riesiges Loch reingerissen. Aber ich muss sagen, wer... Oh nein. Meine Hopfarm geht aber noch cool. Wäre der Spawner etwas tiefer gewesen, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Beziehungsweise der Reaktor. Dann wäre, glaube ich, alles weg gewesen. Jetzt wurde quasi im oberen Bereich alles weggerissen. Und kreisförmig hier drunter. Hatte ich echt vergessen, die Anlage auszumachen? Ah ne, gar nicht. Oh nein, die wollen mich aussaugen. Aber wie krass das hier einfach aussieht. Ein paar Maschinen sind auch ganz geblieben. Hier brennt's gerade. Hier ist... Ist das Lava? Mal ganz kurz was testen. Ah ne, das Pyrotheum. Krass. Das ist keine Lava. Das ist die heißeste Flüssigkeit in Minekraft. Konnte man gerade gesehen, weil der Kabel zu Stein geworden ist. So, haben unsere Kühe überlebt. Nicht so ganz. Die Druckwelle, leider, die Kühe alle weggerissen. Oben der Altar ist komplett zerberstet. Sehr, sehr gut. Ein paar Effekte sind noch da. Oh, der Altar ist aber auch noch da mit den Teilen. Sehr gut. Nur der Aufhol leider nicht mehr. Oh mein Gott. Bis hier, bis hier zur Ecke. Krass. Einfach krass. Draconic Evolution hat sehr viel von überlebt, muss man sagen. Auch hier der Rand ist noch da. Krass einfach. Also der ist irgendwie sehr willkürlich, der Reaktor. Hier, guck mal, unsere Farm läuft noch. Also essen können wir auf jeden Fall. Disketten haben wir am Start. Das hier brennt natürlich jetzt besonders gut, weil alles aus Holz war. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Die Slime-Insel komplett weggerissen. Krass. Das Ding ist komplett instand. Und jetzt los. Hier, als ob nie was passiert wäre. Wie krass. Ah doch, eine Lampe fehlt. Cool. Der Rest ist einfach komplett weg, ne? Okay. Ja, dann. Obwohl die Erzverarbeitung sieht auch noch ganz gut aus. Obwohl die so nah dran war. Aber ich glaube, das ist wirklich das Ding, weil das halt oben die Druckwelle ging und nicht woanders. Krasses Ding, würde ich sagen. Aber ich würde sagen auch, Dankeschön fürs Zugucken. Lasst eine Bewertung da. Link zur Map vor der Explosion in der Beschreibung, oder worüber ich mich freuen würde, wäre, wenn ihr euch die Map einfach mal runterladen würdet, die nach eurem Geschmack verändert und mir wieder zurückschickt. Den Link gibt es nämlich auch in der Videobeschreibung. Ansonsten habt noch einen schönen Tag und freut euch auf die kommenden Projekte. Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss.